Am frühen Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr wurde die Westerländer Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in den Wenningstädter Weg gerufen. Wir sind alarmiert worden zum kleinen Fahrzeugbrand. Bei der Anfahrt habe ich schon so ein bisschen Feuerschein gesehen und wie ich hier direkt vor Ort war, stand dieser Wagen in Vollbrand. Nach Aussage der Polizei war es wohl ein S. Martin, ein wertvolleres Auto. Nachdem wir hier waren, haben wir einen Löschangriff angefangen und haben das relativ schnell das Feuer niedergeklemmt. Von dem Luxusauto ist nicht mehr viel übrig geblieben. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Schadenshöhe ist bisher noch nicht ermittelt. Auch die Brandursache steht noch nicht fest. Wie immer in solchen Fällen hat die Kripo Sylt vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Wie immer in der Kripo Sylt vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.